Der Bibeltag für diese Lektion ist, 2. Könige, Kapitel 9, Vers 1, 3. Kapitel 10, Vers 6 und 30. Von der und nach, wenn wir die Weltnäglichkeiten betrachten, dann sei wir dort das sehr viel blutverguten Wort. Und dort schien es auch, dass man die Angereichtigkeit überhaupt nimmt, und wir wundern zu Tiden, wo lang was sie nicht dort nach Wort erwecken. Wir haben in der letzten ältlichen Programme gesehen, wo die Königin Isabel Gottlos Regierendeit und dachte, dass sie dort mit weich kommen. Von der, wo wir gesehen, wo diese Königin Isabel zum Einkommen mit ihrer Regierung und auch mit ihr Leben. Wir sehen, dass Gott vollfällt, was er gesagt hat. Gott lässt sich nicht sparten, was der Mensch sagt, da wird er auch ernten. Mein Freund, du und ich kommen auch nicht weich mit Sinden, für immer. Entweder wir waren an die Knie, für Gott bin hier und das Leben, und nehmen dort hell an, nur in diese Gnoden steht, oder wir waren dort daunen, für das Grote gerecht, und wurden verdammt worden für alle Eibigkeit. Ich glaube dir, wir waren an, um nur das Programm zu hören, um zu sein, dass Gott seine Geduld schließlich zum Einkommen mit Menschen. Herr, ich danke dir, wir waren für die Worte, die wir in der Natur haben müssen. Wirklich Sie einen. Amen. Hier ist Prediger Elmer, Reimer mit dem Programm der Echte Bibel. Wir sind nun in das negende Kapitel in der Tweede Tjenige, und wir wollen hier was am Zen holen, und dort ist, dass der Ahaziah, der Tjenige in Judah, nur Israel gereist ist, am dem Joram, der Israel-Tjenige, zu besieken, willst der Joram da wieder, am von seine Wunder geheilt zu sein, der er trech am Trich. Nur allem noch, wie er sei erkrankt. 2. Tjenige 9, der 1. 4 Vers Und Elisa, der Prophet, ruft ein von den Propheten sinds, und sagt zu ihm, Möge die Red, und nimmt diese Box mit ihr, und Hand, und geht nach ihm mit Gilead, und wann du beteiltst, dann zieht die dem Jehu aus, dem Niem sie in sein Sein, und geht in den Röp am Röth von Mang seine Brede, und nimmt ihm nach Benne Stov, Dann nimmt die Box ei, und geht ihm dort auf den Kapp, und sei, So sagt die Herrgott, Ich habe die Einde gesauft, als Tjenige über Israel. Dann machte die der Oop, und retts ut, schluhe, doch nicht. Und so jängt die junge Mann, die Prophet, nur amet Gilead. Die junge Prophet, diet kreift so, als Elisa am angekommendiert hat. Seht, dass Elisa nicht selbst nur amet Gilead geht. Eendem es so, dass er nicht ein junger Prophet wird, gescheckt hat, ein Mann entzolven als Tjenige, dass er das selbst tun wird. Von beholen hast, Samuel, die Zoll selbst entzolven als Tjenige, und dann Lotter auch doof kriegt so. Eendem wird immer gewöhnlicher so denken, dass Elisa doch selbst sagt, dass er wel ein Tjenige entzolven wird. Aber er geht nicht. Er schafft ein junger Prophet, dem Jehu entzolven, und hat er das auch so am Geheimen und Privat. Und das ist vielleicht, worum er ein junger Prophet schafft, Tjenige wird dann so denken, dass das kann was sehr besonderes sein. Und so wird ihm Jehu als Tjenige entzolven. Und er ist ein von die bloudrigste Tjenige, die in der Bibel beschreven sind. Und dann geht er Gott zu sehen und mehr weh. Gott sagt, dass er jeder eine von Ahab zu sehen, manns noch kommen anbringen wird, und da wird Tjenige von dir und Israel gebleven sein. 9. und 10. Und ich werde dem Ahab zu sehen, so machen, als dem Nebat zu sehen, hier ein Baum zu sehen, und so als dem Ahi zu sehen, Baasha zu sehen. Und die Hüge wurde die Zabel abfrehten, und das Poet von Israel, und da wird keine Zene er zu begroven. Und er, das heet die junge Prophet, macht er da auf ein Raam droht. Jo, die Zabel wird auch nicht gerecht aus dem Stich kommen, vererbezelt. Auf der betretende Vers. Dann kam Jehu Ruud nach seinen Herzigen Deiner, und einer zei zu ihm, Ist alles in Ordnung? Worum kam das Wohinzende Mensch noch die? Und er zei zu ihm, Je weite wer die wir, und je weite wat er sieht. Und sie zei, Das ist nicht so, sei uns nun. Und er zei, So und so seht er zu me, So seht die Herrgott, Ek had die angesauft als Tjenig über Israel. Dann spouten sie sich, und jeder eine nehmt sein Anzug, und leert dort unge ab die Trappe, und bloßt er mit Trompete, und seht er, Jehu ist Tjenig. Als het nu weer bekannt gemerkt, dat Jehu Tjenig weer, weer alles in een wirrwofen en stoot, und sie wieren nu boosig. Ze bloßt er mit ihre Trompete, und schrieen, Jehu ist Tjenig. Die Joram ist krank in Israel, und Ahaziah ist da am zu besieken, Wat wird nun passieren in Israel? Joram da in Israel, weet nicht, dass Gott ihm von seinen Tron eraufgenommen hat, und hat Jehu enig gesauft als Tjenig. Und während Joram in Ahaziah da zette und spaziere, kommt er und weigte und sagt an, dass da ein deel Peertrette abkomme. Joram schickt in Bote mit die Frage, Ist es fred, oder bringst du gode Norricht? Und bei einer steht, dass Jehu dort beantworte dat, sagt er zu dem weigte, dass er hem hingerankommen soll. Und nu deut ein tweede weigte dem Joram in Berechtgewe, 20. Vers, und die weigte seht, er kehmt betor, aber er kehmt nicht träg, und dort vore es so aus dem Nemschi zin Sehn Jehu, dan he fort gewaltig. Die Norrichtsdroge, den Rüte schickt wort nur Jehu, tehmt nicht träg, die Norricht nur Joram te bringe, wie es Jehu es auf dem weigte, dem Tjenig anzubringen. Und so worren nu Joram an Ahaziah dem Jehu entgegen vorre, 22. Vers. Und das passiert, als Joram Jehu sag, zegt er, as het vreed Jehu? En hy antwoord, wat van vreed, solang as die ne moter er hoererie en er heikserie zo veel zand? Irgendwer die troe word zanne te zyn Tjenig, word niks zaaie van die Tjenig in. Joram weet voorts, dat Jehu een aproer anstald. 23. en 24. En Joram wank am en retst uit, en zegt te Ahazia, O Ahazia, dit is verrode. En Jehu neemt zyn flitsboge, en met volle macht, schoot hem Joram twaschen zyn orms, en de veil tjen by zyn hoort ruit, en hy valt dool en zyn krigsboge. De Joram proeft nu uit te retse, op die Jehu est stoik, en lat en feil flerje, en traft an en hoort. He wier no Jesre il je kome kreikt verdot, dem amt te brengen. En zo as ik seht, de Ahazia wier kome dem Joram te besieken. He wier en schlacht de gesaalschaft, en dem Ahab zyn nokome zyn hús. He wier ap an an reichte plots to anreichte tiet. 27. Vars Obe as de jude tjenig Ahazia dot zach, retst he ut by dem wach die biem gode hús wier, en Jehu am hinger an, en zed, doot am ook slone en zyn trecht wogge, en zed dede dot, os hy nu goer ap toe voer dot by Ibliem es, en hy retst ut no Megiddo an starf door. Jehu zyne dene voer dem Ahazia hinger an en moeke dem ook dood. 28. Vars En zyne dene droge am en en wogge nou Jeruzalem en begroofde am door en grof met zyne vooders en doof zyne stort. 30. Vars En als Jehu bet Jezreel came, he het is zebel daarvan, en zij deed er en check ten venster uit. En nu is het bet dood dat deze is ee zebel wordt am gebracht worden, die chene in, en dat we een schraag liet denk, vriend, ze wie een bloudere vrouw, een schraag liet vrouw, ze je heerd ton een chene liche familie, dem zedoni en chene et bal zyne strome dachter, er leid het schien ze schmack, vleicht schmack als die meeste vrouw is to alle tiet. Mi as so, dat als de is zebel jong weer, dat ar dat word zo schmack gelote ha als er en eind van die chene ste to alle tiet. En as Ahab en is zebel sit befriede, werd dat ne besondere cast, dat bast van twee chene rex chem hier toop, wat hebben goed onbelangt. Doe worden veel beriemde jaast zinnen gewaast en me haan. Dat schien zo, dat Elia door niet gemol kon wat met anrecht zene. Dat valk en bij tjenig riks vrede zich en dede lang vaste. Obe zo als ge zacht es worden, die bez juiste en haal vrede zich ook tot die chast, die die wil zelfs vrede zich ook. Obe me is zo dat die engel am himmel dede truren, wie zij wiste wat het geven wordt met het hiet. De her gaat checkt op dat hoort. Mensen zijn bloos dat wat zij van boete zijn tjenne. En met al eerst draams weer die is zabel een zee gatloos het mens. Zee is een van die interessanteste vroes of de menschen die in de Bibel beschreven zijn. Zee weer veeg. Zee had veel influx op menschen. Zee weer een brovert vroemens. Er gatloos het weer een influx op drie tjenneg reken. En lang na dat zij dood weer, weer er influx nog in te worden. En noem is nu nog verbongen met bezit en gatloos tjenneg vroe. Ene die van historische trieven zeie dat ze goe er nome die ton haan wat van vroe ze weer. Zee deed allum reëre die ram aar weere zee goe er man a hab. Zee deed eentlich dat Israël volk reëre. Zee bracht den aufgat baal dienst in Israël in Nen. Zee bracht vierhundert en veftig baal profeete in Nen en vierhundert astarte profeete Zee weer anbaandig rugloos en wild. Zee bracht dem her God zine profeete aan en God zine manen moesten zich van haar versterken. Zee bracht dat voordig dat er dachte zich met den tjenig en juda bevried. Tjen woord zich haar jen aan te zinnen. Boete Elia. Zee weer zeie je satzloos. Zee moog er enie satze. Zee vergout veel bloot. En dat schien tot die de mese os van God zich ook versterken hood. En nisht door wegen deed. Schliesslich deed die isabel dat oistet. Ze plant dem nabelt sin doot, so dat er man ahab dem nabelt sin wien gode kun habe. Wot ze do deed wie ses nisht as maart. Dat weer schraalig en dat weer amenslich en me as so die himmel kun bloos niet langer stel zijn. God had veel geduld gehad over zijn geduld weer nu voorbij en hij schaakt Elie naar recht te brengen van je recht nu weer dat tijd wordt te doen. Eerst wordt Ahab dood gemaakt en den terug en de hong legt zijn bloot rood zoals God gezaakt had besuren wordt en nu komt dat gerecht wat is ebel er wordt onder de feit geklinkt worden en de hong worden er af vreten zodat er niet wordt je nog even bleven zijn toen begroven. Dit weer nu veertien jaar nadem dat Ahab je starven weer en emme hand wordt de eebel zo gedacht hebben dat God daarvan verjeten had en dat wat de elie gezegd had wordt niet passeren zij weer gadloos en staal zich nog emme je en god en zijn woord zij bleef door en jesreel en dacht zo dat Ahab zijn dood verlegt bloos nog een zo'n to vol weer zij dacht zo dat je nog wieder befall over door es in je zaats to zene en dat mensche geschicht dood is stee in de leek voor de haj dan en de scho vo bij one dron king aan ja is zo may we her een zent dat zo vo fact in we kie dan kan ja mijn Jesus to leek wirklich, falls es dir ist, deine Liebe vergesse ich nie. Gott, oh Gott, dann trast du für mich in den Riss, und so heutig am Kreuz mein ich nie. Glaub dir, mich wird er dort in dem Garten und sein Herz war falsch, fest die Betriebe. Doch der Sieg, den er dort dann erstreckt wird, einen Sinn, der behehrt wie dem Kind. Ja, mein Jesus, du liebst mich, ich weiß es gewiss, deine Liebe vergesse Gott, oh Gott, dann trast du für mich in den Riss, und so heutig am Kreuz mein ich nie. Voller mit, heute und so heutig am Kreuz und so heutig am Kreuz. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh 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 Gott, Das Kapitel beschreibt ein von die öigste Geschichten, die jemals passiert sind. Das ist unmenschlich, das ist gruselig. Die Ezebel ist noch einmal die chenigen Mutter. Sie leeft da in Jesrael und in Paulus hoogher. Dem Elia seine Prophetie, was mit ihr passiert, wird noch nicht erfüllt. Aber nun mit einmal kommt da ein Trichsvogel von dem Norde, und das geht Penich. Das ist die Jehu, und die ist ein Grote Boos. Er hat dort zwei chenigen angebracht, die Juden chenig und den Israël chenig, die Ezebel ersehen Joram. Und was das sei? Sie vorf sich ihr Gesicht ab, strömt ihr Hohe, und checkt dem Fenster rüht. Diese Stolte chenigen denkt so, dat sie nach Grote Maagd haft even Mana, besanders nu even Dissem Jehu. Sie hadden groot sind die 23 Jahre alt weer. Sie ist al ne Oule Vruh. Aber nun checkt sie dem Fenster rüht, und wort Provedisem Jehu ever to gewerne. 31. Vers. Und Jehu keimt durch die Poet, und sie zäht, Wie dat vrede, tut Zimri, die sie meinster anbracht, Wat sie mein da met weer, Tja, wie nicht tokommen in dit berede, Komme mal naap, und dau my bezieke. 32. Und 33. Vers. Und sie kiekt ne Hecht nun Fenster, und sie sagt, Wer ist an meine Zied? Und drei junge Mannen kiekt er rüht nun an. Und sie sagt, Schmied er rauf. Und sie nehmen er, und schmied er rauf, Und von ihr blot wie ihr an die Wand anon gesprätst, Und auch auf die Pead, Und sie klinkt er an ihr Faut. Dem Jehu hat dort nicht bewegt, Wat die Isebel te sagen hat. Und sie hat kein Medleid oder erbormen. Sie hängt am nicht an. Sie hat kein Respeit für ihr. Sie sagt bloß zu den jungen Mannen, Dass sie zullen er raufschmieden, Und sie dedet das, Und ihr Kärpa spritzt ut den Nien, So als sie riepe Rebus. Die Jehu hat kein Respeit für irgendwen. 34. Vers. Und als sie in Nienje kommen wieder, hat sie ein Drunk, Und sie sagt, Na Gott nu, Und sie sagt nur diese verfluchte Frau, Und dort erbegrove, Dann sie erst nur Cainis dachte. Wie kann dies Jehu doazette und eten, Nur Cainis malteet, Nur dem, was sie getan hat. Sie wieder am menslich, Und Rafa zult dood, Und hat Cainis, Die Vluchte für irgendwen. Alles, was sie nu will, Wird Cainis sanne, Und wir kein Verbrecher tograf, Sie wird ganz veredelt. 35. Und sie ging er zu begroven, Aber sie fangen nuscht von ihr Tjaarpe, Böte den Schädel an ihre Feet, Und das Bannestiff von ihre Heng. Und sie kämen trigg, Und sie ed am dort, Und sie ed, Und sie wird die Herrgott sieht, Durch sie in denen Elia die Tischbet. Die sieht, Und dort Port von Jesrael, Wird die Heng, Die Izebel er Fleisch abfreete. Und die Izebel er Kjaarpe, Soll so zennen als mest, Und das Opener Fleck, Und dort Port von Jesrael, Sollat sie nicht worden, Tjennezei, Dit es Izebel. Das hat nicht lang genommen, Als Jehuzine deine Rütschek die Izebel te begroven, Hade die Heng er also mei ganz abfreete. Und wann sie auch wieder so als sie wieder, Es me so, Dass dort doch keine Fried wieder im Himmel, Vielleicht auch kein Trüere, Wird die man belangt, Vielleicht hat sie doi je Zeit, Soas beschreven es, Und ab und vorhin 19.2, Dan trüe in je Recht es in je Recht, Dan hee haft die Grote Hoer je Recht, Die die ganze Welt verdorft met ihre Hoererie, Und hee haft das Blut von Sine Deine, Von ihre Hand gefordert. Und das ist auch weiter so als ich in Gelate los, Dass Gott sich nicht spatter laat, Wot ein Mensch seid, Das wird he auch arendte. Nu kommen wir bei der 10e Kapitel, Und das Gericht hat Ahab zin Huz, Fort wieder durch dem Jehu. 2.10, Eerste drei Vars. Und Ahab hat 70 Sehns in Samaria. Und Jehu schreift Breiv, Und schreift die nach Zemaria, Nach die Harsche und Jezreel, Nach die Älteste, Nach den die dem Ahab zine Kingen Hadde abgebracht, Und zeed, Nu ze beult als dies Breiv Nach Junt kempt, Zandt er mal, Dat Junt meister zine Ziens Darby Junt zandt, Und da zandt Christvoges Und Pied, Auch eine Stad mit einer Wand Daran, Und Christgeschär, Zeek nu uit die Baaste und Braste Van Junt Meister zine Ziens, Und stelt dem abzien Vorderzien Troun, Und dood für Junt Meister Zinhus Striede. Oberwart dede die Älteste? 7.15, Und das passiert, Als die Breiv nou an kem, Dat sie demtienig zine Zeventig ziens nemen, Und moeke den dood, Und stapte er a tjaap Und in karf, Und schekte die Nu Jezreel. Dit gans, Het is zie gruselig, Nicht so? After we geteende vaars, Und so bracht jy Hoe al den am, Die nach eeuwje bleibe berede Van Ahab zine familie En Jezreel, Ook al zine grote manen, En zine verwaantschaft, En al zine priester, Wat door tjene Ewe gebleven wäre. En hy stund ab Und verleid, En kem nun Samaria, En als hy door Bei des schoopscheer Huis wie er Delang den waag, Traf hy door Dem juda tjeneig Ahazieh Sine breide, En zed, Wer sind jy? En zed, Wie zend dem Ahazieh Sine breide, En zed, Ab en waag Dem tjeneig, En die tjene Jön er tjene Te gereise, En hy zeid, Neemt den levendig, En zy neme den levendig, En moeke den dood, En dat lag, Wie dat schoopscheer Huis, Zegoar tjeneig Maanen, Hy leed tjeneim eeuwig. Jehu is nu Ab en waag Nuzemarië Door den troon Aan te nemen, En ab en waag Traf hy dem Ahazieh Sine breide, Ode neffe, Wat emmer dat weere, En moeke den Ook dood, Woeraan? Wer weet. O, dat is Interessant, Dat hy zend Eem eeuwig leed, En die weer Eend van dem Zol zine Naakome, Veftiende faars, En als hy Vandoor verleed, Traf hy dem Rechab Zien zine Jehonadab, Die am het geentjeem, En hy begreest am En zet to am, Es dien hoort reicht Zoals mijn hoort reicht is? En Jehonadab antwoord, Dat es, Van het es, Dan jef me dine hand, En hy geef am zine hand, En hy neem am een nap, En zin trechstvogel. Jehu traf nu dem Jehonadab, Die in Rechabiet is, En vraagt am, Of hy een vriend Oder een vriend is. Des Jehonadab, Hoor die Rechabieter Je rent, Van diem Jeremia reet. Hy sient wie een Bereemde man, En Emmaan Haft hy zo gedacht, Dat Jehu Een goede man weer, En woe hy met Dem Ahab zine familie Gehandeld had, En deed am nu Ongesterde En dem, Dat hy met am Toop reet, En zin trechstvogel. Des Jehu Is een zeer Interessante man, Zij wat hy nu deed. Die Ahab, En Isabel, Hadde je Den Baal Deenst Ongestald En Israël, Zoals niemals Verheer wie je Waast. En nu woord Jehu Daar woord met Doonen. En wan Ene dit Anfangt te lezen, Dan geert Ene zo'n Grusselderg. Oba, Ach, Tiende en Eentiende Vaars, En Jehu Verzommel Dat gans Het valk Toop, En zeed Toaan, Ahab Deed Baal En Bet Deen. Oba, Jehu Woord Am Zije Veel Deen. Door Om Roopt Al die Baal Profeeter Toop Noemee, Al zine Deen En al zine Priester, Loot Tien Hem Even, Dan ek Haar Een Grote Apver Te Brengen To Deen Baal. Wie Am En Ik Wordt Doazinnen, Wordt Nich Omleven Blieven. Oba, Jehu Deed Dat Zo Hinge Rijks, Zodat Al die Baal Profeeter Toop To Brengen, Hij Geef Een Fals Befeel, Zodat Die Alle Wordt Doazinnen, Hij Geef Fair, Dat Hij Een Besonderd Apver Wordt Bringen To Deen Baal. Oba, Als Die Alle Toop Je Kom Weere, Dan Moog Hij Deen Alle Dood. Hij Had Een Iwer Verzond, Dat Weer Zo Als Een Fall De Toop To Brengen, En Die Baal Profeeter Had A Teen Idee Wordt Ver Aan Weer En Wan Het Zo Weer Dat Jehu Die Baal Profeeter Aan Bracht Deed Hij Dag Nicht Naar Dem Her Gaat Ziene Profeeter Gone Am Root To Tree Neen In De To Vaars Obe Jehu Verleed Nicht Die Zind Die Dem Nebat Zien Zien Jere Boom En Je Bracht Houd Die Isra El Zind Mook Dat Heet Die Galne Tal Wad In Betel En Daan Wire Jehu Jeng Treg Naar Den Jets Deens Dat Jer Boom Engest Houd He Deed Baal Nicht Anbede Auch Nicht Die Zedonien Er Jette En Jef Sik Haan Naar Dat Galne Kalf Jets Deens Dat Schient En Egypte Houd Aange Fakt Jehu Iver Sik Nicht To Dem Herr God Obe Wils Iverig Wie Je Waast For Dem Herr God Jef God Am En Ilders Het Loon Vele Generationen Van Zine Nookome Wire Tjenigs En Israël God Kon En Dat En Mens Zine Oye To Zine Ene Ere Haan Wende 32 Vers En Die Doog Fung Die Herr God An Israël To Beschränken En Hase El Schluch Dat Gonstet Nördli Et Port Van Israël Dat Nördli Et Tjenig Rik Wart Nu Red Gemarkt En Gefangenshaft Gone Dat Lastet Van Dit Kapitel Beschrift An Jehu Zine Doot But Nächste Mal Got To Segen Meine Friend Rik Gebet Tjen Te Nu Die If Die Of Warn De Am West Rik Hau Fort Miet Lebt Rik Dein Hine Schult Jesus Star von Lied Me Er Knie von Sünden Fried Untertitelung des ZDF, 2020